Heyo, was geht? Hier ist euer Rap Marek und ja, wie ich angekündigt habe, wir werden nochmal einen gemoddeten Account verlosen. Und zwar wird das Ganze so ablaufen. Ich werde hier gleich nochmal ein Bild einfügen. Das ist eine Kopie von einem Buch. Auf jeden Fall, ja, da befindet sich ein Wort, das heißt, ihr dürft erstmal rumexperimentieren. Ein Wort, was wir als Passwort verwendet haben für den Win Error, für die Datei, die ihr euch runterladen müsst. Ja, das Ganze geht dann bis Dienstagabend, wenn wir hoffentlich livestreamen können. Das heißt, experimentiert rum. Ich hoffe, ihr findet das. Wenn ihr es nicht findet, es gibt bald einen Tipp. Aber ich werde euch nicht sagen, wann. Versucht das am besten so schnell wie möglich, denn es werden viele weitere Leute das ausprobieren. Die Datei befindet sich in der Videobeschreibung. Downloadet sie und wenn ihr sie aufmachen wollt, dann kommt auch gleich das Fenster mit Passwort eingeben. Ja, wie gesagt, das wird in der Seite, was ja kopiert wurde, befindet sich da das Passwort. Ist auf jeden Fall ein Wort, ist ein Wort, was auf jeden Fall öfters in Real Life gesagt wird. Oder obwohl auch nicht mehr so ganz. Auf jeden Fall ist das jetzt nicht so extrem schwer. Es ist nur eine Sucherei. Also Leute, haut rein. Auf jeden Fall ist das jetzt nicht so extrem schwer. 1,2,3. Oh! 1,2,3. Bis zum nächsten Mal.